Scheiß auf soziale Kontakte, Dinger! Wir bleiben im Stream! Wir bleiben im Stream! Ganz einfache Nummer! Wir bleiben im Stream! Scheiß drauf! Freundschaft gekündigt! LCN Pella Vita! Ich hab mich grad irgendwie hier am Motorrad geschnitten, ich weiß! Ich muss ruhig die schwere Beappenbeleidigung. Ja, alles klar. Dann machen wir das. Da haben sie noch eine Minute, um sich auszuruhen. Sie haben mir gar nichts zu sagen, wie lange ich mich auszuruhen habe. Wir geben ihm die Anweisung, ganz einfach. Du kannst meinen Sacken mir auch nicht, du Schwanz. Siehst du aus wie mein Vater, oder was? Ob du aus siehst wie mein Vater, du Hurensohn? Ich muss dir darauf nicht antworten. Ich bin ready, Junge! Ich bin ready! Rück mich ab am PD, Junge! Ich bin ready! Tschüss! нес Knapp Amper Witzige, 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 witzige. Ich weiß es nicht. War doch keinmal drin, dann sollen wir mal rein. Ich auch nicht. Können wir mal reingucken hier. Was? Jungs, kommt mal ran hier. Einmal sch... Dega. Äh, jetzt habe ich Angst? Ja, ich weiß. Pfff. Who's my daddy? Ach, Geili. Queenie, Queenie. Ah. Ah, ja. Los. Tot. Einfach tot. Queenie. Das ist mein Schocker, Mami. Äh, bitte was? Äh. Äh. Ich, ähm. Ich glaube, ich bin bei ihm gerufen. Ja, genau. Äh, wo ist los? Ja, was? Hahaha. Das ist so ein cool Choke. Kommt die raus, kommt die raus. Achtung von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ihr bleibt einfach in diesem scheiß Haufen hier sitzen. Mann! Mann! Ja, nein, weiter vor, vor, vor! Die Colts waren äh, mittelmäßig, fand ich... Hab's doch was denn für Kick? Hab's doch was denn für Kick? Hab's doch was denn für Kick? Entschuldigt, sind Sie die Mutter von dem verlorenen Sohn? Äh, nein. Seid ihr die Freunde von ihm? Nein, 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 nein. Kennt ihr das nicht? Ein Bike für die Dame. Gut, alles klar, dann weiß ich mich scheiße. Grüß Jungs, haut rein! Hamster, lutsch mal ne Eier! Sorry. Der hat mich aufgeregt, Junge! Digga! Bruder, was war für die... Er schiebt die größten Böwe seines Lebens! Junge, er dreht so durch! Er macht so'n Fass auf! Digga! Digga! Junge, ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr, Bruder! Ich warte immer noch auf einen Anruf. Aber sobald wir ein paar Leute sind, werde ich da mal anrufen. Und nachfragen, ob der schon da ist. Weil es 20... Oh! Hä? Der ist auch aus dem Auto geflogen! Hä? Ich? Ich? Ein Internet-Rambo? So, jetzt reicht's mir, du kleiner Hund! Hast du mich verstanden? Seh' ich dich noch einmal! Hau' ich dich kaputt! So, jetzt reicht's mir! Mach deine Hände... Mach deine Hände hoch! Mach deine Hände hoch! Mach deine Hände hoch! So, du kleiner Wichser! Du willst mit mir ficken, oder was? Komm mit! Sofort, Junge! Du fickst mich niemals, Kollege! Das LSPD ist hier, du kleiner Wichser! Mach deinen scheiß Hände hoch! Komm mit da nach hinten! Komm mit da nach hinten! Sofort! Mach, geh nach vorne! Das ist echt, wirklich... Das sind 20.000, Alter! Da fuck ich doch nicht! Nee, ich hab keinen festen, alles gut! Ich mach sogar die Hände hoch! Ach! Ihr Ernst? Kommt hoch, Alter! Amen! Das ist so schlecht, Alter! Wirklich! So schlecht, Alter! Alter! Du bist frei, übrigens, Kollege! Das ist Busco, oder? Ach so! Ja, hab ich gar nicht gemerkt! Das war super! Danke, Jungs! Super Arbeit habt ihr gemacht! Wirklich top! Bravo! Wala! Ich handel nie wieder! Ich baller den beim nächsten Mal um! Dankeschön! Was ist denn ihre Mission überhaupt einen Beamten hier festzunehmen, nachdem sie schon jemanden da unten umschießen? Oh mein Gott, Alter! Ja, komm, halt deine Fresse! Was für Chavin umgeschossen? Das war die andere! Und? Ja! So, da ist jemand rum! Ja, mit so Harry Potter und so! Aber nix saures! Genau! Nix saures! Bei Lakritz! Lakritz mag ich eh nicht! Ne, Lakritz ist voll doof! Da bin ich auf deiner Seite! Ja, das ist voll eh! Bah! Die blauen Schlümpfe sind cool, aber die kleben so an den Zähnen! Ne, die gehen auch nicht so fit! Aber die Kirschen, die sind geil! Ne! Die sind die blauen Schlümpfe, die so kleben am coolsten! Kennst du die Frösche? Die sind auch geil! Oh, die Frösche sind gut! Da bin ich dabei! Bei den Fröschen bin ich dabei! Oder kennt ihr die Ofos? Ja! Ja, ja! Die einfach... Oder wenn man noch 5 Cent über hat, einfach nen Centerschock! Naja, aber der Centerschock ist anders eklig! Ja, egal! Aber am Schluss ist er geil! Ja, einfach nur um zu zeigen, guck mal, ich bin so cool, ich kann 2 Centerschocks gleichzeitig Ich kann das nicht, aber ich hab mal so getan, als ob ich das kann! Dabei war das andere ganz normales Kaugummi ohne Geschmack! Das ist aber schlau, wenn wir zum Fahrzeug treten! Ich wiederhole, die Frau Garcia wieder einmal zum Fahrzeug treten! Dankeschön! Was geht jetzt? Mit dem wilden Auto an euch! Was geht's? Mit dem wilden Auto noch, oder was? Wegfahren sie jetzt weg, Richtung Osten! Sofort! Wegfahren! Jetzt geht's in den Nachkampf, Leute! Auf geht's! Ja mein Gott, dann habt halt die Weste an, Alter! Noch einer, noch einer! Dumm, Alter! Wirklich, fettig, zivil, lang und wundert sich dann, dass wir ihn anschreien, ey! Vollidiot! Warum regnet es denn jetzt, zum Teufel? Du bist echt ne Pusty, ist mir aufgefallen wieder! Hey, ey, ey! Was war früher? Hä? Wer ist das? 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 Wer war das? Wer war das? Hä? Wie sind wir hier gelandet? Scheiße! Wir kommen hier gar nicht mehr raus! Ist... Ist es Ihr Ernst? Herr Breitensäck! Oh mein Gott! Ja, ich kaufe ein neues Auto! Ja, das war's! Das ist nicht mein Auto! Was ist das Auto ist das? Ich hab das mir kurz geliehen! Ja, das... Ja, sagen Sie ihm, der kann einen Cargobob organisieren! Der bringt mich um, Herr Breitensäck! Wer denn? Der Herr Ding... Wie heißt der? Wie kommen wir schon irgendwie raus? Herr Olymp! Nein, wir sind am Arsch! Ich sag's Ihnen ganz ehrlich! Waren Sie hier! Nein, wir sind am Arsch! Es ist Ihnen so los! Steigen Sie aus! Nein, warten Sie! Nicht aufsteigen! Nachher passiert Ihnen was! Wir kriegen das schon irgendwie hin! Ich hab ein, zwei Tricks! Du... Du... Wie ich bei YouTube gerne gucke! Ja! Äh... Lucky ohne Luke! Lucky ohne Luke! Also, ja... Papa, weißt du, wen ich gerne immer guck? Nee, ne? Ich weiß nicht, wie... Irgendwas mit Frieza oder so! Freiser? Ja! Ja, der macht auch sehr, sehr gute Videos! Genauso wie der V-Prime, ne? Ja, genau! Der auch! Ja, das ist ein guter Mann! Guter Mann! Das guck ich immer gerne! Ja! Ja! So, hier das ist es! Ich sage nur, damit du's weißt! Sonst gebe ich einen Fick auf diesen Hype! Yeah! Baby, nein! Ohne dich kann es nicht sein! Da wir beide zu zweit, wie Bonny und klein! Regen durchgegen, bis in die Uneinigkeit! Eineinigkeit, ja! Ich steig in meinen Wagen!